Hallo, ich bin Tommy und lese gerne die lustigen Taschenbücher. Heute möchte ich euch erzählen, was mir in Band 510 aufgefallen ist. Als erstes sind mir die Filmrollen in Mickis Fotoapparat aufgefallen und wie er sie entwickeln lässt. Den Jüngeren von euch sagt das wohl gar nichts. Früher hat man Fotos nicht digital aufgenommen und auf einer Speicherkarte oder der internen Festplatte abgespeichert, sondern auf einen Film. Nach etwa 30 Fotos war dieser voll und musste ausgetauscht werden. Das war eine ziemliche Fummelei und man musste aufpassen, dass der lichtempfindliche Film dabei nicht beschädigt wurde. Dann musste man die Rollen ins Fachgeschäft bringen und entwickeln lassen. Jedes entwickelte Foto kostete, so dass man auch im Urlaub nur sparsam Fotos geschossen hatte. Das Entwickeln der paar Rollen kostet Micki hier im Fachgeschäft gut und gerne 100 Euro. Zu Glück ist das heute anders. Ein Blick auf die erste Seite der Geschichte liefert dann auch die Erklärung, wieso das hier noch so altertümlich abläuft. Die Geschichte stammt aus dem Jahr 2002 und ist damit bereits 16 Jahre alt. Dieser Zeit hat sich einiges getan. Aber was sagt denn der komische Tarzan, den Micki im Wald aufgelesen hat? Ihr habt sicher schneller als Micki bemerkt, dass er scheinbar keine Vokale aussprechen kann. Er sagte nun, hab keinen Namen. Im tiefen Wald ist die Stadt aber gross. Wunderbar. Gehst du, Micki? Will lieber bei Micki sein. Was wollen die nur? Verehrte Freunde, ich habe noch nie eine Rede gehalten, aber sei's drum. Danke. Das scheint nur so. Aber ja. Keuch, keuch. Seufz. Sprotz. Blech. Micki Maus, du hast recht, Micki. Ich wusste, dass du es weisst. Ja, genau. Stimmt. In der Geschichte der Entenhausener Golf Cup wird Donald zum Profi-Golfer. Das erinnert mich gleich an eine Geschichte in LTB 181. Auch hier versucht sich Donald als Golfer. Aber anders als in der aktuellen Geschichte fehlt ihm ein begabter Lehrer. Nachdem er in der Geschichte der Golfschreck mit der Wunderkeule den Vereinspräsidenten statt den Ball trifft, wird er aus dem Club ausgeschlossen. Sie wollen ihn erst wieder aufnehmen, wenn er drei Löcher auf einen Schlag trifft. Das ist doch unmöglich. Oder doch nicht? Baptiste liefert den entscheidenden Hinweis, dass dies mit der Wunderkeule von Herculini doch möglich ist. Und so machen sich Donald und die Kinder auf den Weg nach Griechenland, um nach dieser Wunderkeule zu suchen. Schliesslich gelingt Donald der Schlag auf dem Golfplatz, aber nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hatte. Ist euch übrigens die Pinnwand im Golfclub von Entenhausen aufgefallen? Auch da hängt ein Bild eines Balls. Eines Basketballs. Was der hier wohl macht? In der Geschichte Der Schatz der Steinmenschen ersteigert Dagobert eine antike Dose mit kleinen bunten Kugeln. In der richtigen Kombination öffnet sie das Tor zum Schatz der Steinmenschen. Da muss ich gleich an eine Geschichte hier in LTB 91 denken. In dieser Geschichte rettet Donald einen Indianer vor dem Ertrinken und erhält von ihm zum Dank ein singendes Totem. Auch hier gibt es bunte Steinkugeln, die man in Löcher stecken muss. Mit der eigenen Kombination von Kugeln spielt das Totem dann einen Song, der den Benutzer ganz aus der Seele spricht. Bei Donald ist dies zum Beispiel, der Graf von Luxemburg hat all sein Geld verjuckt. Passt doch, oder? Ich finde die Geschichte mit dem singenden Totem einfach super. Die neue Geschichte mit den allesfressenden Tierchen hingegen hat mich nicht besonders überzeugt. Dann folgt mit Total verstrahlt eine Art James Bond Geschichte, bei der die Agenten Donald und Dussel von Daisy unterstützt werden. Sie verkleidet sich als eine Wissenschaftlerin und schleicht sich so beim Bösewicht ein. Eine ähnliche James Bond Geschichte gab es vor langer Zeit schon einmal, nämlich hier in LTB 77. In der Geschichte »Donald in geheimer Mission« soll er die Unterlagen eines Bösewichts stehlen, der einen perfekten Plan entwickelt hat, um Dagoberts Geldspeicher auszurauben. Die Geschichte ist stark angelehnt an James Bond in Goldfinger. Und auch hier erhält Donald Unterstützung von Daisy in Verkleidung. In der Geschichte »Lehren will gelernt sein« erhält Gundel Gaukelei Post vom Hohen Hexenrat. Was der wohl von ihr will? Sie erinnert sich mit Schrecken an das letzte Mal, als sie Post vom Hexenrat bekommen hatte. Daher hielt sie die Vorladung zu einer magischen Mutprobe, um ihre Zulassung als Hexe nicht zu verlieren. Dies bezieht sich auf die Geschichte »Eine harte Prüfung« in LTB 397. Der Hexenrat wirft ihr vor, ihre ganze Zeit und Zauberkunst damit verschwendet zu haben, die Münze eines Milliardärs zu rauben – und das erst noch erfolglos. Deshalb muss sie sich einer Reihe von Prüfungen unterziehen, um sich dem Hexendiplom würdig zu erweisen. Dabei darf sie auch ein Gehilfen mitnehmen und entscheidet sich ein bisschen überraschend für Daniel Düsentrieb. Gemeinsam bewältigen sie alle Aufgaben und treffen dabei auch auf ein Monster, das dem in der Erinnerung in der neuen Geschichte ziemlich ähnlich sieht. Man kann nun darüber debattieren, ob das Unterrichten einer Klasse mit magischen Kindern eine einfachere oder schwerere Aufgabe ist als die damalige Mutprobe. Auf jeden Fall ist es schön, mehr über die Kindheit von Gundel und ihre Zeit an der Hexenschule zu erfahren. Diese erinnert natürlich ganz an Hogwarts aus den Harry Potter Büchern und Filmen. Reisetipp für alle Harry Potter Fans Eine Stunde nordwestlich von London in England befinden sich die Studios, in denen alle Harry Potter Filme gedreht wurden. Auf der Studiotour sieht man haufenweise Kostüme und Kulissen aus den Filmen, erhält einen Einblick in die Spezialeffekte und vieles mehr. Die Tour ist absolut sehenswert. Geht unbedingt hin, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. In der letzten Geschichte von LTB 510 treffen Dagobert und Fantomias auf Elias Erpel, einen Neffen oder eher Grossneffen des Stadtgründers Emil Erpel. Hier taucht die Geschichte kurz in die Vergangenheit ein, als Fantomias ihn mit Emanuel Erpel verwechselt, der Dagobert den Glatzenkugel verkauft hatte, also den Hügel, auf dem heute der Geldspeicher steht. Das können wir in der Dagobert-Biografie Sein Leben seinen Milliarden nachlesen. Hier trifft Dagobert mit seinen beiden Schwestern in Entenhausen ein, um sich auf dem gekauften Grundstück niederzulassen. Hier trifft er auf Dorothee, die wir im deutschsprachigen Raum eher als Dagoberts Schwester kennen. Dabei treffen übrigens auch Donalds Eltern zum ersten Mal aufeinander. An mich erinnert sich niemand, sagt Elias in der aktuellen Geschichte. Und tatsächlich taucht er hier zum ersten Mal auf. Er ist auch nicht im Stammbaum der Ducks enthalten. Elias ist ziemlich sicher nach dem zweiten Vornamen von Walt Disney benannt. Auf jeden Fall finde ich solche Verweise auf die Familienvergangenheit immer sehr spannend. Mein Highlight in LTB 510 ist die Sprechblase von Mickis Fotoapparat, der Klick sagt. Das hat mich ziemlich zum Schmunzeln gebracht. Zum Schluss möchte ich euch noch kurz etwas zeigen. Vielleicht habt ihr schon die Lego BrickHeads Figürchen gesehen, die von vielen Helden aus Film und Fernsehen angeboten werden. Die BrickHeads sind immer nach dem selben Prinzip aufgebaut. Auch Mickey und Minnie gehören ganz neu dazu. Und mit dem Lego Go BrickMe Set kann man sich sogar selbst als Lego Figur bauen. Mit ein paar zusätzlichen Steinen habe ich nun Donald und Dagobert als Lego BrickHeads gebaut. Und ich finde, dass sie mir ziemlich gut gelungen sind. Sogar mit dem Bürzel, Donalds Matrosenjäcken, mit Dagobert's Zwicker, seinen Gamaschen, mit dem Gehstöcken und natürlich dem Backenbart. Ich und ich als Lego BrickHead sagen euch Tschüss und danke fürs Zuschauen. Besuche meine Webseite tommy.ch, abonniere meinen Kanal oder klicke hier, um ein anderes LTB-Video von mir aufzurufen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann freue ich mich über Daumen hoch. Danke! ansoilloserенριavais Ku bek providers sind fast Floß. Dann war es noch nichts Paaren.